Heute gibt es das erste von drei Videos zum Thema Reusable Components im Frontend. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es um sogenannte Reusable Components. Was genau das ist, werde ich gleich erklären. Es gibt insgesamt drei Videos. Also es gibt dieses Video, wo wir so ein bisschen Richtung Design und Konzeption gehen. Also nicht so richtig was für euch Entwickler, sondern mehr was für die gestalterisch ambitionierten Zuschauer. Wir werden mit Adobe XD arbeiten, aber es geht auch viel um Theorie und Konzeption. Also es ist egal, ob ihr mit Adobe XD, Figma oder irgendeinem anderen Design-Tool arbeitet. Das lässt sich quasi auf jedes Tool abwandeln und dort anwenden. Das Ganze ist ziemlich cool und kann euren Workflow mit Verbindung mit Entwicklern deutlich beeinflussen. Deswegen solltet ihr unbedingt die Theorie-Parts nicht weglassen, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Der kleine Adobe XD-Part zwischendrin ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern der Theorie-Part ist das eigentlich Entscheidende. In den nächsten beiden Videos geht es dann darum, das Ganze mit View und mit Angular umzusetzen. Das heißt, das Video oder die nächsten beiden Videos dieser Reihe sind quasi identisch. Und je nachdem, welches Tool ihr nutzen wollt, könnt ihr da euch dann angucken, wie man das Ganze umsetzt. Auch dort wird es nochmal ein bisschen theoretisch, wo wir erklären, wo quasi die Fallstricke dieser Umsetzung sind und warum Reusable Components einerseits eine Menge Vorteile, andererseits aber auch eine Menge Nachteile haben. Aber genug geredet, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung, wie immer, Link zu Discord. Da könntet ihr Community Join, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, gucken wir uns mal an, warum die Reusable Components so wichtig sind und warum es quasi die Zukunft von Frontend Development sein wird oder sogar schon ist eigentlich. So, und los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Aber wir fangen erstmal an mit ein bisschen Theorie, um zu verstehen, was Reusable Components eigentlich sind. Wenn wir hier so ein einfaches Layout haben, dann haben wir unten vielleicht ein paar Icons, wir haben hier in der Mitte einfach ein paar Bilder, wir haben hier oben Header, wir haben hier in der Seite irgendeine Inhaltskomponente und das sind Components. Wir haben verschiedene Elemente auf unserem Interface oder in unserem Interface, die Logik und Fachlichkeit abbilden und die teilweise häufiger vorkommen, aber auch teilweise die gesamte Seite umfassen. Und deswegen unterscheidet man zwischen sogenannten Reusable und normalen Components. Und wir müssen jetzt erstmal angucken, was eigentlich eine normale oder eine Component ausmacht. Grundsätzlich, eine Component besteht meistens aus JavaScript, CSS und HTML. Allerdings muss man das nicht nur darauf beziehen, sondern man kann ja auch mit anderen Frameworks diese Reusable oder Components Logik oder diesen Aufbau grundsätzlich nachvollziehen, weil auch Flutter mit Dart hat zum Beispiel Reusable Components, auch andere Frontend Frameworks haben oder besitzen dieses Toolset, dieses Mindset, quasi Logik und Code in einzelnen Komponenten zu verschachteln, um die ganze Anwendung einfach einfacher zu machen und nicht einen riesengroßen Code zu haben. Grundsätzlich umfassen Components teilweise Logik und Fachlichkeit, aber nicht jede Art von Components. Und wie gerade gesagt, findet man sie in jeder Art von Frontend Framework. Grundsätzlich der Unterschied zwischen Reusable und normalen Components ist einfach nur, Reusable Components besitzen keine Logik und keine Fachlichkeit, normale Components jedoch schon. Eine normale Component könnte auch eine gesamte Seite in eurer Anwendung sein, die natürlich Fachlichkeit umfasst und auch abbilden muss, damit die Anwendung funktioniert. Eine Reusable Component ist in der Regel flexibel nutzbar. Eine normale Component ist meistens statisch für eine bestimmte Anwendung, für einen bestimmten Use Case, zum Beispiel in Angular oder Vue oder React. Eine Seite, die über den Router angesteuert wird, ist eine statische Nutzung für diese eine Seite. Der Inhalt mag vielleicht ein bisschen flexibel sein, aber grundsätzlich ist diese Seite für ihren Use Case gebaut, ist aber eine Component. Und Reusable Components sind projektunabhängig. Ein gutes Beispiel hierfür sind die vielen tausend Frontend Frameworks, die verschiedenen Libraries haben. Jedes der großen Frameworks hat wahrscheinlich ein Dutzend von verschiedenen Komponenten-Libraries, wo jemand schon sowas wie Buttons, Icons, Input-Felder als Reusable Components deklariert und entwickelt hat. Das beste Beispiel hier ist, denke ich, Material Design von Google, wo quasi ja durch Material eine gesamte Komponenten-Library bereitsteht, die komplett projektunabhängig ist. Natürlich haben Reusable Components einige Vor- und Nachteile wie alles im Leben, und zwar verhindern sie in erster Linie doppelten Code. Wenn ich ein Input-Feld habe, dann habe ich immer quasi den doppelten Code vermieten, weil ich nur eine Component habe, die ich immer wieder verwende. Dadurch, dass ich immer dieselbe Component verwende, habe ich auch eine Konsistenz in meiner Anwendung. Also ich kann sie sehr einfach verwalten, und das bringt uns zum Punkt, ich kann sie sehr einfach testen. Und zwar brauche ich nicht jede Anwendung, jede Seite, wo diese Component wird, die Logik der Component noch einmal zu testen. Ich habe beispielsweise einen Button, der soll disabled sein, der soll einen Disabled State haben, dann kann ich einfach die Komponente testen und muss diesen Disabled State nicht in jedem Screen, jedem Use Case erneut testen. Außerdem beschleunigt es die Entwicklung. In dem Moment, wenn ich einen Button, ein Input-Feld einfach nur noch verwenden muss, aber nicht mehr bauen muss, dann ist es sehr einfach einzusetzen. Nachteile sind natürlich, es ist sehr aufwendig, vor allem First Time. Also wenn ich das erste Mal eine Anwendung baue und noch keine Komponenten-Library habe, auf die ich zurückgreifen kann, dann ist das sehr aufwendig, weil ich quasi viel aufwendiger etwas entwickeln muss, als wenn ich es einfach nur kurz als Button irgendwo einbinde. Und es ist nicht wirklich flexibel. Ich habe zum Beispiel einen Button, der Button hat eine gewisse Anzahl von Styles, er sieht immer gleich aus, was heißt, ich kann ihn nicht einfach irgendwie nochmal anders stylen, weil in dem Moment, wenn ich das tue, dann sind alle Vorteile unseres Reusable-Konzepts quasi weg, und deswegen sollte man hier unbedingt darauf achten, dass sowas nicht passiert oder nur in absoluten Ausnahmefällen passiert, wenn überhaupt. Natürlich gibt es bei der Konzeption von Reusable-Components einige Regeln, und zwar sollten grundsätzlich in Reusable-Components keine Fachlichkeiten und keine Logik abgebildet werden. Also zum Beispiel sollte ein Button nicht selbstständig entscheiden, ob er in einem Dark- oder einem Light-Theme ist, welche Sprache er nutzt oder irgendwas in dieser Richtung, sondern das sollte alles durch Parameter und Optionen konfigurierbar sein. Also ich sollte dem Button sagen können, stell dich bitte in diesem Style da, nehme bitte diese Sprache oder sei disabled. Das muss der Button nicht selbst erkennen, sondern der muss nur ein Options-Array haben, wo ich das alles konfigurieren kann. Eine Reusable-Component sollte daher auch sehr einfach zu erweitern sein, indem ich einfach nur mehr Optionen hinzufügen und die dann in dem Reusable-Component-Objekt quasi einfach nur konfigurieren muss, und man sollte sie sehr einfach nutzen können. Also keine komplexen Abhängigkeiten oder einen unfassbar großen Required-Options-Array, wo man erstmal 30 Felder ausfüllen muss, damit ein Button generiert wird. Das macht nicht wirklich Sinn, sondern die meisten Options-Parameter sollten optional sein und der Nutzer könnte sie setzen, muss sie aber nicht setzen. Das bringt uns jetzt mal zu einem kleinen Beispiel, und zwar wollen wir in diesem Tutorial bzw. in den anfolgenden Tutorials ein Button bauen. Ich habe hier mal die Syntax von Vue genutzt. Natürlich könnt ihr das in jeder Art von Syntax umsetzen. Prinzipiell haben wir hier einen Button, den haben wir Awesome-Button genannt, dabei handelt es sich um ein Reusable-Components, und wenn wir die so im Code hätten, würde das einfach nur eine viereckige grüne Box erzeugen. In dem Moment, wenn ich jetzt einen Options-Parameter, zum Beispiel Label, den habe ich den Button gegeben setze, dann habe ich einen Text in dem Button stehen, und ich kann das natürlich noch weitermachen. Zum Beispiel habe ich auch eine Art Theme. Wenn ich das setze, zum Beispiel sage ich Secondary, in dem Moment wird der Button transparent, und er kriegt nur noch so eine Border, oder ich kann auch einen interaktiven Wert dazugeben, zum Beispiel einfach Disabled, sage hier True, und in dem Moment wird der Button Disabled und kriegt eine graue Farbe. Das ist eine Reusable-Components, die sehr einfach einzusetzen ist, die keinerlei Logik umfasst, und das ist das, was wir gleich konzipieren und auch später umsetzen wollen mit Vue und mit Angular, weil so könnt ihr euch wirklich Zeit sparen, und dieses Konzept kann man auf jede Art von Komponente, von Reusable-Component anwenden, weil es immer dem gleichen Schema folgt. Aber es gibt ein grundsätzliches Problem, was wir jetzt diskutieren müssen, weil diese Art, eine Reusable-Component zu erstellen, bringt so eine Art Dreiecksbeziehung mit sich, die sich gegenseitig beeinflusst. Und zwar haben wir hier drei Größen, nämlich einmal Flexibilität, Zeitsparen und Konsistenz. Diese drei Größen beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich eine sehr flexible Komponente bauen möchte, die ganz viele verschiedene Use Cases abdeckt, dann ist die nicht wirklich konsistent, weil ich habe dann ganz viele verschiedene Arten dieser Komponente und Einsatzmöglichkeiten dieser Komponente. Zum Beispiel habe ich ein Button mit 20 verschiedenen Themes, dann sieht der in meiner Anwendung nicht wirklich konsistent aus, weil er hat ja ganz viele verschiedene Arten, wie ich einen Button einbinden kann. Gleichzeitig ist die, in Klammern, initiale Entwicklung einer solchen sehr flexiblen Komponente sehr aufwendig und dadurch spare ich auch nicht so richtig viel Zeit, wenn ich beispielsweise irgendwie 16 Button in meiner Anwendung habe, aber ich 11 verschiedene Layouts habe, dann ist das quasi nicht ein großer Unterschied, ob ich nicht einfach 16 einzelne Buttons baue. Deswegen muss man hier ein bisschen gucken. Also umso flexibler die Komponente wird, umso weniger Konsistency und umso weniger Zeit spart man. Der nächste Punkt ist, wenn ich eine sehr konsistente Komponente baue, beispielsweise einen Button mit nur einem einzigen Style, dann ist der nicht wirklich flexibel. Also ich kann da nicht wirklich viel mitmachen. Gleichzeitig habe ich aber die Situation, dass ich dadurch, dass ich eine sehr einfache Komponente habe, sehr viel Zeit spare und sie überall gleich aussieht. Deswegen habe ich eine hohe Konsistenz in meiner Anwendung. Aber ich kann natürlich auch hingehen und sagen, ich möchte eine ganz andere Konfiguration und hier müsst ihr einfach bei euch darauf achten, dass diese drei Größen sich so ein bisschen beeinflussen und ihr für euch entscheiden müsst, lohnt es sich, eine sehr flexible Komponente zu machen aus UI-UX-Sicht oder lohnt es sich nicht vielmehr, eine einfache Komponente zu machen, um eine hohe Konsistenz in eurer Anwendung zu erreichen. Da muss jeder so sein eigenes Gefühl entwickeln und da gibt es auch nicht wirklich ein richtig oder falsch, weil das hängt extrem vom jeweiligen Use Case ab. So und los geht es mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier Adobe XD, das soll euch jetzt gar nicht abschrecken. Der Link ist zwar in der Videobeschreibung, aber ihr braucht das Programm nicht, um zu verstehen, um was es hier heute geht. Ihr könnt theoretisch auch Figma nutzen, ihr könnt Illustrator nutzen, Photoshop, ihr könnt auch ein Blatt Papier mit einem Kugelschreiber nutzen. Theoretisch geht es nämlich darum zu verstehen, wie man eine reusable Komponente konzipiert und nicht, wie man sie explizit in Adobe XD umsetzt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich werde hier natürlich mit Adobe XD arbeiten, ich werde auch erklären, was ich hier mache, aber es geht darum zu verstehen, auf was man achten muss. Grundsätzlich als erstes erzeuge ich mir einfach mal ein bisschen Text. Ich klicke hier rein und schreibe einfach mal ein bisschen was. Das ist aber das Erste, was sich quasi von einem normalen Design unterscheidet und zwar weiß ich ja gar nicht bei einer Reusual Component, was genau in dem Button drinsteht. Also es bringt mir nichts, wenn ich da irgendwas reinschreibe. Deswegen sollte ein Designer oder eine Designerin definitiv die Syntax des Entwicklerteams übernehmen. Beispielsweise wenn man mit Vue, Angular oder einem anderen Frontend-Framework arbeitet, hat man meistens diese doppelten geschweiften Klammern, um Inhalte, um Variablen im Code darzustellen. In unserem Fall sage ich jetzt, okay, wir haben hier ein Label, weil das ist ja das, was später in einem Button drinstehen wird. Das nächste, ich nehme hier das Rectangle-Werkzeug und ziehe mir hier einfach so einen kleinen Rahmen und sage, okay, das bekommt jetzt auch noch runde Ecken, keine Border und eine andere Hintergrundfarbe. Ich nehme mir jetzt hier mein Label, ziehe das in die Mitte, formatiere das schön zentriert und mache das Ganze dunkel, damit das einfach besser aussieht und besser lesbar ist. So, nachdem wir jetzt hier unseren Button erstellt haben, machen wir den mal ein bisschen kleiner. Hier an der Seite machen wir den auch ein bisschen kleiner. Und wir markieren jetzt beide Elemente und drücken in Adobe XD-Steuerung K. Andere Programme, wie beispielsweise Photoshop, Illustrator, aber auch Figma, besitzen auch so eine Art Gruppierungslogik. Aber diese Komponentenlogik besitzen, glaube ich, nur Figma und Adobe XD aktuell. Aber da könnt ihr gerne schreiben, wenn auch andere Tools das unterstützen. Ich nenne diese Komponente jetzt hier an der Seite Awesome Button. Und hier empfehle ich euch auch, wenn ihr mit einem Design-Team zusammenarbeitet, dann sprecht euch mit denen ab, dass quasi reusable Components dieselbe Benennung haben, wie sie auch bei euch im Code heißen. Weil in dem Moment vermeidet man jegliche Art von Missverständnissen oder aneinander vorbeireden. Man sollte einfach dieselbe Syntax für das Benennen von reusable Components haben. Ich persönlich bin ein Fan davon, diese Klammern einfach zu verwenden, damit das so aussieht wie auch im Code. Und in dem Moment, wenn ich das hier gemacht habe, habe ich jetzt eine Component und das schöne Adobe XD ist. Ich kann mir die jetzt mehrfach hier reinziehen. Und wenn ich zum Beispiel beschließe, ich möchte jetzt eine andere Farbe haben, dann verändert sich das überall. Das ist der große Vorteil von diesen Components in Adobe XD. Aber wie gesagt, darum geht es in diesem Tutorial gar nicht. Grundsätzlich habe ich jetzt hier meine Komponente, meinen Button schon gar nicht so schlecht formatiert. Das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Aber wir haben hier verschiedene Elemente beziehungsweise verschiedene Logik-Operatoren, die wir vorhin besprochen haben. Und zwar habe ich ja einmal quasi hier unsere Design-Zustände. Also das ist jetzt zum Beispiel nur einer unserer Design-Zustände. In dem Fall ist das hier, sage ich jetzt einfach mal Schriftgröße 12 und mache hier mal Doppelpunkt Prime. Das ist unser Prime-Zustand, also der Default-Zustand unserer Komponente. Das ist einfach dieser Zustand hier. Aber wir haben natürlich noch mehr Zustände außer das, sondern wir haben ja auch noch unseren Secondary, wir haben einen Disabled und wir haben nicht nur einen Disabled, sondern auch einen Hover- beziehungsweise Focus-State. Das heißt, wir haben hier Hover und Focus. Das ist natürlich auch noch ein Zustand, den wir bei jeder Reusable Components, die so einen Zustand besitzt, auch konzipieren müssen. Und wir haben hier einen Disabled-State. Das heißt, ein Button muss immer die Möglichkeit haben, auch deaktiviert werden zu können. Und wir haben noch einen anderen Zustand, nämlich unseren Secondary, ja, im Prinzip Secondary State oder Secondary, ja, einfach wie es aussieht von der Optik. So, und die müssen wir auch noch konzipieren. Und das können wir in Adobe XD relativ einfach machen, indem wir hier oben auf das kleine Plus klicken bei unserer Primärkomponente und sagen hier neuer Zustand. Diesen neuen Zustand nenne ich jetzt einfach Doppelpunkt Secondary. und in dem Moment kann ich hingehen und dieser Zustand hat ja keine Volltonfarbe, sondern nur einen Rahmen. Der Rahmen ist aber ein bisschen dicker, benutzt ebenfalls diesen Grünton und der Text hier in der Mitte bekommt auch diesen Grünton. In dem Moment habe ich einen zweiten Zustand erstellt und kann jetzt hier zwischen diesen Zuständen switchen und persönlich empfehle ich immer, alle Zustände auf einer Zeichenfläche einmal abzubilden, damit man diese einfach auf einen Blick sieht. Und das ist auch für das allgemeine Verständnis und das Präsentieren einer Komponente gegenüber eines Teams einfach simpler und besser zu verstehen. Das Nächste, wir haben einen Disabled State. Hierzu sagen wir auch wieder, zack, neuer Zustand, Doppelpunkt, Disabled. In dem Moment, wenn ich das gemacht habe, gehe ich jetzt hier rein und sage, okay, unser Disabled State, wir haben so eine dunkle Farbe und hier haben wir vielleicht ein Weiß, beziehungsweise das machen wir mal in der dunklen Farbe und hier machen wir auch Fläche raus, Rahmenfarbe rein und nehmen diese dunkle Farbe als Rahmen. In dem Moment haben wir auch einen Disabled State hier drin, allerdings muss ich hier auch die Breite etwas dicker machen und sage jetzt hier, das stellt unseren Disabled State dar. Gehen zurück in den Standardzustand und sagen jetzt am Ende noch ein Hover State und sage hier, okay, der Hover-Zustand, sage ich mal Doppelpunkt Hover und in dem Moment können wir hingehen und sagen, okay, was passiert. Wir gehen vielleicht hier rein und sagen, das Ganze wird hier drin Weiß, beziehungsweise das kann man echt schlecht lesen. Sagen wir mal, die Farbe wird hier ein bisschen heller und gleichzeitig sieht man jetzt auf dem dunklen Hintergrund nicht, aber gleichzeitig sagen wir mal, okay, wir machen hier auch noch so einen Schlagschatten rein. In dem Moment kann ich hier unten den Zustand zuweisen und hier oben wieder unseren Standardzustand auswählen und wir haben jetzt unsere vier Designzustände entwickelt, aber das ist ja nicht alles, was eine Reusable Component ausmacht, wie wir gelernt haben, sondern es gibt neben den Designzuständen gibt es natürlich auch unsere Optionen und diese sollte man auch in irgendeiner Form definieren. Der einfachste Weg hier ist das, einfach mit auf diese Zeichenfläche draufzuschreiben, dann liegt aber die ganze Verwaltung für diese Reusable Components quasi beim Design Team. Persönlich empfehle ich hier ein Tool namens Storybooks. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Wenn ihr dazu mal was sehen wollt, dann kann ich dazu gerne mal in Videos machen. Das ist zum Verwalten von Komponenten-Libraries extrem praktisch, weil das diese ganzen Zustände und Optionsparameter, Inputparameter komplett dynamisch macht. Also man kann dann wirklich in einer Web-Oberfläche diese Optionsparameter anpassen, zum Beispiel einfach in einen Button mal alles reinschreiben oder zwischen diesen verschiedenen Zuständen switchen. Das würde ich persönlich empfehlen, wäre aber ein eigenes Video, deswegen schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten, ja, wir haben hier unsere Optionen. Theoretisch unsere Optionen bestehen immer aus einem Namen, also wie heißt unser Optionswert, und aus einem Value. Und persönlich würde ich hier immer sagen, okay, wir haben, die beiden Sachen mache ich mal ein bisschen kleiner, haben hier einen Namen. Unser Name ist als erstes mal Siem. Unser Siem hat natürlich einige Values, und zwar per Default würde ich einfach sagen Prime. Und ich würde hier auch eine Logik benutzen, die im Code verbreitet ist, was heißt, Siem ist ein optionaler Wert. Das macht man mit diesem Fragezeichen. In dem Moment ist Siem einfach optional. Also wenn ich das nicht setze, wird per Default Prime gesetzt, und das sollte man auch definieren im Design Team. Das heißt, ich habe hier zwar Prime, aber ich habe noch einen zweiten Wert, nämlich Secondary. Das sind ja die beiden Werte, die ich für unser Siem vergeben kann. Und Default ist hier einfach schlicht und ergreifend Prime. Das heißt, diese drei Spalten müssen wir jetzt bei jedem unserer Optionswerte definieren. Das nächste, was wir haben, ist, neben Siem haben wir auch ein Label. Label ist aber nicht optional, sondern jeder Button braucht ein Label, sonst sollte ein Fehler geschmissen werden. Und bei dem Value handelt es sich einfach um ein String. Und Default gibt es bei diesem Wert nicht, weil quasi ja ein Button immer ein Label braucht, und es ist required, also er sollte einen Fehler schmeißen, wenn kein Label existiert. Außerdem haben wir Disabled. Disabled ist wieder optional. Es handelt sich dabei um ein Boolean. Und dieser Boolean hat einen Default-Wert, nämlich False. Was heißt, standardmäßig ist der Button natürlich nicht disabled. Und der letzte Wert, den wir haben, beziehungsweise den wir vergeben könnten, wäre jetzt noch so etwas wie ein Click-Event oder ein Event-Emitter. Das machen wir hier aber erstmal nicht. Das ist nämlich sehr Framework-spezifisch. Ob ihr sowas braucht oder nicht. In unserem Fall brauchen wir das nicht, beziehungsweise ich werde dann im Code darauf eingehen. Was heißt, alleine so ein kleiner Button besitzt schon drei einfache Input-Parameter. Natürlich kann das noch viel, viel umfangreicher werden. Ihr könntet zum Beispiel sagen, dass ihr hier noch einen weiteren Optionswert habt wie Icon und könnt dann hier noch ein kleines Bild reinschmeißen oder ihr könnt noch viel, viel, viel mehr verschiedene Styles definieren. Ihr könnt ein Valid State, ein Invalid State, ein Danger Value. Es gibt ganz viele verschiedene Konfigurationswerte. Ich denke, damit kann man relativ einfach verstehen, worum es bei einem Reusable Component geht, aber nicht ganz komplett erschlagen werden von tausend Optionsparametern. Hier müsst ihr immer an die Dreiecksbeziehung denken, die ich vorhin erklärt habe. Aber grundsätzlich, ja, das ist unsere Konzeption. Damit werden wir in den kommenden zwei Videos, beziehungsweise nächste Woche noch nicht, sondern erst die Woche da drauf und die Woche danach werden wir dann zwei Videos haben, wo wir mit Adobe XT als Beispiel arbeiten und das Ganze mit Vue und Angular umsetzen. Also seid gespannt und bis nächste Woche. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten geht es, wie gesagt, bald weiter mit dem zweiten und dem dritten Part dieser kleinen Reihe. Wenn ihr mich erreichen wollt, findet ihr unten im Videobeschreibung aber auch jede Menge Social Media Links oder auch andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.